Hallo liebe Eicke-Fans, Eicke ist wieder mal unterwegs, um euch den Klimawandel zu zeigen. Wir sind hier auf anderthalb tausend Meter Höhe in dem schönen Fürstentum Lichtenstein und im Hintergrund seht ihr sehr viel Schnee. Und der Witz, und deswegen zeigen wir euch das, ist, dass wir letztes Jahr auch hier waren und wir da über blühende Wiesen spazieren gegangen sind, genau im gleichen Wochenende, wo in diesem Jahr sehr viel Schnee liegt. Und ich finde schon, dass man das mal zeigen sollte. Und mir ist auch völlig klar, dass Wetter nicht Klima ist, aber wie gesagt, von dem Hitzesommer, der vor zwei Wochen noch angekündigt worden ist, ist hier auch noch nichts zu sehen.